Ich lerne Deutsch. Nummer 15.654 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bevor wir zum Tanzkurs gehen, üben wir etwas auf dem Balkon. Bevor wir zum Tanzkurs gehen, üben wir etwas auf dem Balkon. Lass mich nicht fallen, du weißt, dass ich nicht schwimmen kann. Eine Verbesserung der Ausdauer kann durch regelmäßiges Training erreicht werden. Eine Verbesserung der Ausdauer kann durch regelmäßiges Training erreicht werden. Mit diesen Videos entdeckst du jeden Tag neue Sprachschätze. Mit diesen Videos entdeckst du jeden Tag neue Sprachschätze. Die alten Bäume hinter unserem Haus sind grün und gesund. Die alten Bäume hinter unserem Haus sind grün und gesund. Die Luft ist angenehm warm. Die Reparatur wird gelingen. Man braucht nur Erfahrung und das richtige Werkzeug. Man braucht nur Erfahrung und das richtige Werkzeug. Die Reparatur wird gelingen. Hier ist unser Angebot. Deutsche Texte mit passenden Bildern. Hier ist unser Angebot. Deutsche Texte mit passenden Bildern. Ideal, um Deutsch zu lernen. Hier ist unser Angebot. Deutsche Texte mit passenden Bildern. Ideal, um Deutsch zu lernen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist unser Angebot. Das ist unser Angebot. Wie auch. visits 20 Grad.